Was kriegen Sie denn für ein Feedback von den Firmen, die ihre Software schon nutzen? Also viele sagen, sie können sich gar nicht mehr vorstellen, wie es ohne war. Und ich habe auch die Möglichkeit, dass ich sage, durch diese intuitiven Oberflächen kann ich sehr schnell neue Mitarbeiter anlernen. Und häufig ist es so, wenn man solche Werkzeuge nicht hat, dass die Mitarbeiter das Problem haben, wenn denn mal einer krank ist, dass keiner weiß, was passiert denn genau, weil die das alles im Kopf haben. Die sind unglaublich brillant, diese Einsatzplaner. Die wissen genau, welche LKWs wo sind, haben das im Kopf, von wo nach wo, die welche Fahrzeiten brauchen. Aber wenn denn mal einer nicht da ist oder krank ist oder ich einen neuen anlernen muss, habe ich das Problem ohne eine solche Unterstützung. Das ist sozusagen ein universal einsetzbarer Kopf. Ganz genau.